Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir uns noch eine weitere Erinnerung abgeholt, die ich verpasst hatte, und zwar nämlich hier an diesem Ort. Und dann haben wir auch schon jetzt mit dem Gebiet hier ein bisschen angefangen und hier so um den Turm herum ein bisschen was erkundet. Und jetzt in dem Part wollen wir ein bisschen was Aufregenderes vielleicht machen, und zwar erstmal diesen Stall hier erkunden und dann wieder mit ein paar Leuten sprechen und mal gucken, was die so zu sagen haben. Und dann danach auch einen Schrein machen, der da hinten jetzt ist, den können wir gerade nicht sehen, weil da die Klippen im Weg ist, aber da ist auf jeden Fall einer, der hat mir ja auch schon auf der Karte markiert. Und deswegen dürfte, glaube ich, ganz spannend werden, der Part. Mal gucken. Das ist auf jeden Fall hier der Stall des Waldes. Ja, stimmt, genau, stimmt. Das haben wir ja auch schon vorher mal gehört, über den Stall des Waldes. Da hat uns schon mal jemand berichtet darüber, dass nämlich der hier doch in der Nähe ist vom Masterschwert, oder? Vom Heiligen Bandschwert, das war doch, glaube ich, so. Ich meine schon. Hm, mal gucken. So, hier ist auf jeden Fall wieder so ein Hund. Und ich habe dem ja schon mal so ein Fleischstück hingeworfen. Und das hat aber nicht viel bewirkt. Und der hat mir jetzt geschrieben, dass man dem mehrere Fleischstücke hinwerfen muss und dann wird er einem irgendeinen tollen Ort zeigen, oder irgendwie so. Deswegen, ich mache das jetzt mal. Ich gebe dir jetzt mal dann ein paar gleich. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt eben alle hinwerfe. So, ich mache es mal einzeln, weil ich gar nicht genau weiß, ob das vielleicht, wenn ich die alle auf einmal hinwerfe, ob das dann nur als eines quasi zählt oder so. Ich weiß nicht genau. So. Okay, das ist weg. Er freut sich. Aber ansonsten nichts. Gut. Das müssen wir jetzt eben halt hier so ein paar Mal machen. Ich habe nicht mehr so viele Fleischstücke, leider. Ich muss mal wieder auf Jagd gehen ein bisschen. Und jetzt mal gucken, ob dann gleich der mir jetzt dann irgendeinen tollen Ort zeigen würde, oder irgendwie so. Ich glaube, das ist eben so. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, oder ob ihr mich dann nur verarscht habt, oder so. Wow, was zum... Ähm. Okay. Interessante. Das machen ja Hunde gerne mal, dass sie ihrem Schwanz nachjagen. Aber es wäre mir jetzt cooler, wenn ihr mir irgendwie ein Secret zeigen würdest, oder sowas. Nee, erstmal nicht. Okay. Nochmal eins. Ich hoffe, ihr habt mich dann nicht verarscht in den Kommentaren, oder so. Und ich verschwende jetzt hier mein ganzes Fleisch an denen. Ich hoffe mal nicht. Ah, hier ist übrigens Holzbündel für mich gratis zu mitnehmen. So. Aha, okay. Jetzt zeigt er mir irgendwas. Sehr schön. Da hat es doch geklappt. Alles da, also vier Stück waren es jetzt, glaube ich. So. Folgen wir ihm einfach mal. Ich weiß nicht genau, ob der mir jetzt ein Ort zeigt. Warum ist er eigentlich gerade so dunkel geworden? Ist Blutmond? Ernsthaft, Blutmond. Ausgleich jetzt mal, wenn der Hund was zeigen will? Ach, Mann, ey. Ich weiß nicht genau, ob mir der Hund jetzt etwas... Hier ist was. Sagt er. Wollt ihr ihm jetzt einfach die Maxi-Rüben zeigen? Oder auf dem Baum irgendwas? Ähm. Hier ist nix drauf. Achso, ah, die Truhe wollte er mir zeigen. Ah, okay. Hier ist eine Truhe. Stimmt, die hätte ich ansonsten wahrscheinlich übersehen. Hier ist eine Truhe. Sehr richtig. Okay, vielen Dank, Hund. Krieg ich die noch? Nein? Ich kotze davor. Naja, egal. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hund. So, wie gesagt, die hätte ich ansonsten wahrscheinlich sehr wahrscheinlich hier übersehen. Deswegen sehr freundlich, mein lieber Hund. Vielen Dank. Und dort finden wir 10 Eispfeile. Okay, das war es doch eigentlich wert, würde ich sagen. Und übrigens, zu der Nacht des Blutmondes. Ihr habt mir jetzt schon eine Million Mal in die Kommentare geschrieben, dass man die ja überspringen kann. Und ja, ach nee, das weiß ich schon. Man kann jede Katzchen hier in dem Spiel überspringen. Das ist ja auch in modernen Spielen gar ungebe, dass man alle Katzchen überspringen kann. Selbst die, die man noch gar nie gesehen hat zuvor. Das weiß ich schon. Aber ich will die mit Absicht drin lassen, weil die doch ganz schön ist. Ich meine, die dauert 15 Sekunden oder so. Und das ist wirklich so schlimm, die sich 15 Sekunden da alle 10 bis 20 Parts oder sowas ansehen zu müssen, finde ich jetzt eigentlich weniger. Und deswegen, ich werde die immer drin lassen. Weil, wie gesagt, die sitzt nicht lang und sieht ganz schön aus. Und deswegen ist die wirklich so störend. Also ich werde die immer drin lassen. So, auf jeden Fall. Hier sind Leute. Ich kriege wieder neue Infos zu einem weiteren Erinnerungsfoto von dem Typen hier. Ja? Hallo, so sieht man sich wieder. Bist du auch auf der Reise? Wie immer. Ich war schon in allen Ecken von Hyrule, also kann ich dir vielleicht ein paar interessante Orte empfehlen. Wenn du mir ein Bild zeigen willst, dann nur zu. Okay? Was denn als nächstes? Oh. Dieses Bild. Auf dem Hintergrund ist Schloss Hyrule zu sehen. Im Süden von Schloss Hyrule gab es früher einen Festplatz, auf dem Ritterzeremonien durchgeführt wurden. Jetzt sind dort nur noch Ruinen. Aber so muss es wohl einmal ausgesehen haben. Ja, ist ja ziemlich einfach zu finden, oder eigentlich? Diese Gegend ist jedoch äußerst gefährlich. Wenn du dorthin willst, nimm dich in Acht. Ich meine, Schloss Hyrule ist ja hier so irgendwo, glaube ich. Und das war halt südlich davon. Oder war das südlich oder war das nördlich davon? Ja, eigentlich südlich. Also hier so irgendwie halt. Ist halt dann so ein Podest, wo ich halt dann einen schönen Ausblick auf Schloss Hyrule habe. Ja, doch, das ist wahrscheinlich die Vorderseite. Obwohl, ich meine, das muss nicht unbedingt sein. Nein, es kann auch sein, dass wir jetzt gerade auf die Hinterseite von Schloss Hyrule gucken, quasi. Und dass dementsprechend dieser Ort nördlich von Schloss Hyrule liegt. Sprich, dann halt doch hier so irgendwie. Das würde vielleicht sogar tatsächlich auch Sinn machen. Weil, ich meine, wir sind ja gerade... Was ist denn das hier? Ist es das Ding vielleicht? Das sieht auffällig aus. Das könnte es vielleicht sogar sein, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind ja gerade hier halt in diesem Gebiet. Und bisher war es doch, glaube ich, immer so, dass wenn mir der Typ einen Hinweis gegeben hat zu... Da ist wieder irgendwas. Ich mach mal kurz ein Foto. Wenn mir der Typ einen Hinweis gegeben hat zu irgendeinem Erinnerungsfoto, dann war das doch immer... Ich mach mal, ich will noch ein bisschen näher rangehen. Dann war das doch immer auch genau in dem Gebiet, wo wir ihn halt auch gefunden haben. Wo wir dann die entsprechende Erinnerungsstelle finden können, oder? Und das wäre ja eigentlich unsinnig, wenn wir jetzt den Typen hier finden, und wir aber dann jetzt eine Information für diesen Ort bekommen haben. Da würde schon der Ort hier mehr Sinn machen. Deswegen, vielleicht war es doch nördlich, und vielleicht ist es doch dieser Ort hier, weil das hier sieht nämlich sehr von Menschenhand erschaffen aus, finde ich. Das hier, weil das hier so gerade nach oben ragt. Und deswegen, eventuell ist das damit gemeint. Hm. Werden wir uns auf jeden Fall merken. Terry? Oh, es ist mir eine außerordentliche Ehre. Was hätten Sie denn gern? Oder möchten Sie etwas verkaufen? Was hast denn du so? Ich bin sicher, dass ich auch für Sie etwas im Angebot habe, bla bla. So, Pfeile, Pfeile. Äh, Frostybellen, Schleichwürmchen und Maxiechsen. Ähm, von denen habe ich aber schon immer was. Maxiechsen sind ganz in Ordnung, für gelbe Herzen und so. Ja, aber ich kaufe da mal eher wieder ein paar Pfeile. Das mache ich mal, weil Pfeile sind immer gut. Vor allem, weil ich ja von normalen Holzpfeilen eh total wenige nur habe, im Vergleich. Deswegen habe ich am besten wieder, ihn komplett leer kaufen. 120 Biene, ja, passt schon. Yay, thank you. Und dann noch, äh, hier, fünf Holzpfeile. Ja. Thank you. Oh, das ist so schade, hey, dass Terry nicht mehr thank you sagt. Ach, Mann, ey. Ich danke Ihnen. Kann ich Ihnen noch irgendwie zu Diensten leisten oder so? Oder so? Nee. Okay, passt. Die anderen pennen leider alle. Deswegen müsste ich am besten eigentlich mal kurz das Tag machen. Obwohl ich mal vielleicht ganz kurz mit denen jetzt, ähm, in der Nacht reden will. Weil vielleicht träumen die von irgendwas und das ist dann eine Quest oder so. Keine Ahnung. Hehe. Wenn du einen Opa wie mich dabei störst, sein Enkelkind im Schlaf zu betrachten, brauchst du wohl Hilfe? Ähm. Das ist irgendwie creepy. Du kennst dich nicht besonders gut aus hier in der Umgebung, oder? Tja, haha. Wenn du einmal in meinem Alter bist, ziehst du den Leuten sowas an der Nasenspitze an. Das hier ist der Stall des Waldes. Der liegt genau auf der Grenze zwischen Eldin und der Ebene von Hyrule. Es gibt kaum einen Reisenden, der hier keine Pause einlegt. Ah. Und der Wald von Hyrule, von dem der Stall seinen Namen hat, ist auch nicht weit von hier. Soll ich dir vielleicht was über die Umgebung hier erzählen? Mach mal ja. Oh. Eldin. Nordöstlich von hier beginnt die Region Eldin, eine Gebirgskette um den Todesberg. Man kann von hier aus sogar den Todesberg sehen, aber nur seine Rückseite. Wenn du ihn besteigen möchtest, würde ich empfehlen, es von der Region Akala im Osten aus zu versuchen. Auf dem Weg solltest du eigentlich am Stall am Berge vorbeikommen. Da in der Nähe beginnt dann der Pfad zum Todesberg. Der Todesberg ist allerdings ein lodernder Vulkan. Wer da unvorbereitet rangeht, bezahlt das mit dem Leben. Ja, das wissen wir schon. Im Stall am Berge gibt es aber sicher jemanden, der weiß, wie man mit der Brandgefahr dort zurechtkommt. Okay. So, ich will noch mehr wissen von dir, weil du hast ja ziemlich interessante Infos für mich. So, ja, ja, passt schon. Ja, ja. Aufzureden, ich will... Also, nicht aufzureden, aber es sagt mir neue Sachen. Zum Beispiel die Ebene von Hyrule. Die Ebene von Hyrule liegt südlich von hier, hinter dem Gongol-Hügel. Okay, das ist dann offenbar das Gebiet, wo auch Schloss Hyrule ist. Früher war sie dank Schloss Hyrule genau und der umgebenden Stadt eine blühende Region. Aber geh da bloß nicht hin, schlag dir das gleich wieder aus dem Kopf. Und bitte denkt nicht, dass das nur das Gemaule eines alten Mannes ist. Viele junge Leute sind zur Ebene von Hyrule aufgebrochen, aber keiner von ihnen ist je zurückgekehrt. Oh Gott. Okay, ja, das sind halt tausende Wächter wahrscheinlich auch und deswegen ist das so gefährlich. Und weil halt da auch Schloss Hyrule und deswegen auch die Verheerung Genn natürlich da in der Nähe ist. Deswegen ist es wahrscheinlich wirklich erstmal nicht zu empfehlen, nachdem wir nicht alle Titanen aufgesucht haben. So, aber das letzte... Den letzten Infohappen will ich auch noch... Ja, hör auf zu reden jetzt. Und sagt mir, das neu ist nämlich den Wald von Hyrule. Den letzten Infohappen will ich auch noch sagen. Oder nicht sagen, will ich auch noch haben. Der Wald von Hyrule liegt im Norden und ist der größte Wald in ganz Hyrule. In seiner Mitte sind die verlorenen Wälder. Ein unheimlicher Ort. Die verlorenen Wälder? Echt jetzt? Als ich noch jünger war, habe ich mich dort mal beim Feuerholz sammeln verlaufen. Ich bin immer tiefer in den Wald geraten. Ein starker Wind kam auf. Da bin ich losgerannt, so schnell wie ich konnte. Dann war der Nebel plötzlich weg und ich stand am Waldrand. Irgendetwas haust in den verlorenen Wäldern. Geh da lieber nicht hin, wenn du es vermeiden kannst. Es gibt hier die verlorenen Wälder. Oh, das ist ja mega cool. Okay. Wenn ich dann auch wieder... Äh, typisch habe ich halt irgendwie drei Wege und muss den richtigen finden. Und wenn ich den falschen wähle, bin ich wieder am Anfang oder irgendwie so. Das hört sich cool an. Da freue ich mich schon drauf. Okay, du pennst. Ballons. Ballons? Hm. Vielleicht kann ich bei dem irgendeine Quest machen, dass ich Ballons abschießen muss oder sowas. Ich werde auf jeden Fall noch mit dem reden, wenn er wach ist. Und du stehst einfach so auf. Okay. Äh, Molokia oder sowas. Auweia, was mache ich nur? Was ist los? Für ein gutes Leben braucht man Geld und Ruhm. Und beides findet man in Schloss Hyrule. Ich meine, da muss doch was zu holen sein. Da hatten die ganzen Könige und Ritter doch ihre Waffen und Schätze. Aber Monster sind da dummerweise auch nicht so knapp unterwegs. Ähm. Gib auf. Was aufgeben? Nö. Mit diesem Wissen muss ich doch was anfangen lassen. Pass auf. Im Norden von Schloss Hyrule ist eine Anlegestelle. Und von da kommt man ins Schloss. Vom Norden? Echt jetzt? Außerdem ist da wohl auch noch ein antiker Schrein. Das riecht doch eindeutig nach Schatz. Aber dann wieder, wie man so hört, ist von Schloss Hyrule wohl noch niemals jemand zurückgekommen. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Hm. Das zählt aber nicht als Quest. Obwohl er mir jetzt da einiges erzählt hat. Was willst du um die Zeit hier? Ähm. Ja. Mach's einfach. Genau. Wo ich schon diese Informationen habe, muss ich auch was damit machen. Pass auf im Norden. Okay. Ist ja klar. Ansonsten dasselbe dann. Okay. Sehr interessant. Ähm. Du wirst wahrscheinlich nichts besonderes sagen, außer dass ich halt pennen kann und so. Äh. Ne. Pass aber. Okay. Ein Pferd will ich mir glaube ich auch nicht holen, ehrlich gesagt. Auch wenn ich natürlich, ich meine, ich benutze so selten Pferde hier, ne? Aber ich finde Pferde nicht so sinnvoll leider in dem Spiel. Weil ich meine, ich könnte halt dann, das ist so ein bisschen erkunden. Aber wir machen mal als nächstes halt auch dann den Minchsee. Und in einem See sind Pferde schlecht. Und wir machen den Schrein und da kann ich ein Pferd auch nicht mitnehmen. Und ich meine, hier, wenn ich hier so durchlaufe auf dem Weg, dann ist es schon ganz in Ordnung. Weil ich werde da hin und wieder auf ein paar Bäume raufklettern müssen. Und dementsprechend ist da ein Pferd auch nicht so toll. Deswegen im Allgemeinen sind einfach Pferde rein zu erkunden nicht so toll in dem Spiel. Weil es einfach zu uneben ist. Ich meine, in reinen Ebenen ist es schon ganz in Ordnung. Aber selbst da gibt es immer Bäume oder sonst irgendwas, auf die man raufklettern muss. Oder halt sehen. Und das sind Pferde wirklich niemals so toll, finde ich eigentlich. Ich heiße Sorona und ich bin der Forscher der aller Rätselforscher. Die Welt ist voller Rätsel. Möchtest du auch eines lösen? Oh, gerne, ich liebe Rätsel. Dann könntest du dich in Stoss Hyrule oder im Wald der Quarks nach legendären Waffen umsehen. Okay, das war es auch schon. Wer werde ich auf jeden Fall noch machen. Ist da noch irgendwas anderes? Diese Welt ist voller Rätsel. Bla, 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 bla. Okay. Gut. Lass mal kurz gucken, ob hier draußen ansonsten noch irgendwer rumsteht. Ja, genau. Auch bei Nacht nämlich. Du nämlich. Hallo. Oh, ein Reisender. Willkommen in unserem Pferdestall. Fühl dich hier ganz mit zu Hause. Wenn du ein Pferd besitzt, kannst du hier seine Ausrüstung ändern oder seine Mähne umfrisieren. Oh, das würde ich natürlich eigentlich schon machen wollen. Weil ich ja auch von Kilten schon ein neues Zeug habe. Wir freuen uns auf dich und deinen behuften Freund. Dann möchte ich das vielleicht doch machen, dass ich mir doch dann mein eines Pferd, mein Ersti oder wie das hieß, ich glaube schon, herbeigerufe, da ist übrigens jetzt der Schrein, genau, dass ich mir das herbeigerufe und dann das mal ein bisschen umstyle, so ein bisschen. Das wäre vielleicht ganz cool. Ich müsste auch echt mal irgendwann unbedingt mal auch Epona registrieren. Ich muss halt wieder Glück haben, dass mir mal die Link-Amiibo irgendwann mal wieder Epona gibt und dass ich halt dann halbwegs in der Nähe von einem Stall bin, um dann eben Epona registrieren zu können. Das wäre echt ganz cool. Aber da habe ich bisher relativ viel Pech, weil ich meine, ich habe ja die ersten beiden Male, glaube ich, wo ich Link benutzt habe, direkt zwei Mal Epona bekommen. Aber seitdem, glaube ich, kein einziges Mal mehr, ne? Ich glaube nicht. Naja. Auf jeden Fall ist hier irgendwo ein Feuer eigentlich gewesen, wo ich pennen kann. Oder nicht unbedingt pennen. Da, genau. Wo ich halt die Zeit vergehen lassen kann. Ist halt hier kostenlos. Obwohl ich halt dann vollgehalt wäre, natürlich, ne? Wenn ich hier jetzt ein bisschen was bezahle. Ja, werde ich doch mal kurz hier schlafen, weil ein paar Rubine für die Herzen, das mache ich dann nochmal schnell. So. Ja, komm mal bitte ein bisschen schneller her, bitte. Gut. Ja, ich möchte hier schlafen. Äh, ein normales Bett reicht aber. Und zwar bis mittags. Okay. Gute Nacht. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Einen schönen Tag noch. Vielen Dank. So, dann mal gucken, was jetzt am Tage so alles los ist. So. Wir haben halt wieder... Lass mal das mal das Bild angucken. Er sieht ein bisschen primitiv aus. Hätte auch vom Kindergartenkind stammen können, ehrlich gesagt. Aber na gut. So, jetzt du. Was mit dir? Also das ist der Alte wieder. Äh, ja, hallo. Na, wenn du dir Zeit nimmst, mit einem alten Knacken mit mir zu reden, dann brauchst du Hilfe. Bla, 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 bla. Genau dasselbe. Okay, das sagt nichts Besonderes am Tage. Aber ich will auf jeden Fall mit diesem einen Kind sprechen, das gerade eben halt noch geschlafen hat. Das irgendwas von Ballons geredet hat. Ähm, weil eventuell hat der irgendetwas Besonderes für mich. Lass mal kurz gucken, ob ich den jetzt finden kann dann gleich. Da steht noch die eine rum. Du bist jetzt auch wach. Ja. Also richtig, wach. Oh, war ja du wieder. Was mache ich nur? Okay, das sagt auch dasselbe. Und? Aha, der hat eine Querspussis doch. Sehr gut. Mach mal, träume ich etwas, dass ich vor langer Zeit in einem Land in den Wolken gelebt habe. Du, ich möchte mal sehen, wie Ballons in den Himmel fliegen. Ganz hoch. Wenn du mir hilfst, gebe ich dir einen Schatz, den mir der Himmel geschenkt hat. Der Himmel geschenkt hat? Ein Sternsplitter? Das ist cool, ja. Oh, danke. Gut, dass ich immer so brav war. Mach die Ballons an einem Fass fest und lass es ganz hoch fliegen. Okay, das ist ziemlich einfach. So. Das haben wir schon häufiger auch mal gemacht. Ich hoffe, ich habe noch welche von denen, aber ich glaube schon. Äh, genau, 33 sogar. Also, ja, das passt. So. Ich hoffe, eines reicht auch für so einen Fass, aber ich denke mal schon. Hui. Und reicht das? Juhu, du hast mir Ballons gebracht, oder? Brav. Bin es hier an einem Fass? Ja, habe ich das schon gemacht. Da ist es. Hast du Augen im Kopf? Schon, ne? Du kannst es sehen. Ja. Ah, okay, jetzt geht's. Uiuiui, wie sie fliegen, die Ballons. Auf ins Land der Wolken. Irgendwann mal sollen mich Ballons in das Land, in den Wolken tragen. Ja, die werden aber irgendwann dann zerplatzen. Ziemlich schnell. Und dann reite ich auf einem großen Vogel. Das ist mein Traum. Auf einem Wolkenvogel. Danke, hier ist der Schatz des Himmels. Tatsächlich, ein Sternsplitter. Cool. Okay. Ein ziemlich, ziemlich einfach verdienter Sternsplitter. Deswegen den nehme ich wirklich gerne dankend an. So, ich will jetzt mal kurz... Ist schon wieder zerplatzen. Ich habe gerade das Zerplatzen gehört. Ich glaube schon. Ja, okay. Auf jeden Fall. Ich will ja kurz jetzt wieder mir mein Pferd dabei holen. Das kann ich ja hier machen, ne? Ich möchte abholen. Ich habe ja nur eins. Nur mein Ersti. So, Ersti, ja. Dieser super kreative Name. Formalitäten, ja, ja. Tut mir leid, dass du warten musstest. Danke, dass du bla 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 bla. Was? Ja, ja, ist okay. Ja, ja. So. Hat er es auch schon. Hallöchen. Okay, es hat noch automatisch nicht die Sachen... Oder hat es jetzt die Sachen schon an? Nee, ne? Nee, hat es noch nicht. Monster-Sattel und auch Monster-Zaumzeug. Ich kann es auch nicht ausrüsten. Hier, wenn ich auf A drücke, passiert einfach nichts. Deswegen, das muss ich auch mal wirklich dann bei der einen machen oder sowas. Und wir wollen es mal kurz austesten. Es hat übrigens ein Gewitter. Sagt das Wetter. What? Irgendwie ja nicht. Das ist eigentlich strahlenblauer Himmel mit ein paar Wolken. Das ist interessant. Okay, ich hoffe, dass es auch so bleibt. Na, wir schauen mal. So. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Z, L und A. Jupp. Oh, ein Reisender. Willkommen in unserem Pferdestall. So, Nanu. Da hast du ja ein Prachtexemplar. Vielen Dank. Wenn du willst, kannst du bei uns die Ausrüstung deines Pferdes ändern oder seine Mähne umfrisieren. Ja, bitte. Mich interessieren aber nur Pferde, die mit Viehliebe gezähnt wurden. Das hat schon maximal. Trifft das in deinem Fall zu? Ja, tu das. Hm. Oh, was für intelligente Augen. Das Tier liebt dich. Es lässt sich sicher gerne von dir neue Ausrüstung anlegen. Okay, cool. Was meintest du ändern? Minifrisieren, Zügel wechseln, Sattel wechseln. Okay, das ist sehr interessant. Wir machen erstmal... Ich meine, Zügel habe ich ja noch keine anderen, oder? Ähm. Ach, doch, habe ich schon. Achso, ja, stimmt. Genau, Zügel sind ja die da oben. Ich habe gerade verwechselt. Ich dachte, Zügel wäre irgendwie was anderes an dem Pferd. Ich habe gerade keine Ahnung. Wir nehmen mal das Monsterzeug dann. Das Monsterzaumzeug soll es sein. Haben die denn irgendeinen Effekt eigentlich? Jetzt, das weiß ich noch nicht genau. Oder ob die einfach nur zu optischen Aufbesserungen da sind. Es kann ja auch sein, dass dann eben das Pferd bessere Werte hat oder sowas. Oder mehr Schaden macht, wenn ich über Gegner drüber renne oder sowas. Das kann ja sein. Keine Ahnung. Und gefällt es dir? Dann noch den Sattel will ich aufwechseln, dass wir das komplette Monster-Set hier haben. Der Monster-Sattel, genau. Boah, das sieht schon ziemlich cool aus irgendwie, muss ich zugeben. Okay. Ja, und ich will auch noch die Mähne frisieren. Was kann man denn da für Frisuren? Standardmähne. Langmähne. Kurzmähne. Dressurzopf. Blütenmähne. Kann ich dann die Kamera irgendwie drehen? Nicht wirklich. Flechtmähne. Youngmähne grün. Türkis. Rot. Und Violett. Da hat man ja echt ziemlich viel Auswahl eigentlich hier. So eine farbige finde ich ganz cool. Welche sieht man am schönsten aus? Grün. Türkis. Ja, eigentlich passt Rot am besten. Würde ich eigentlich fast sagen. Weil es ja ansonsten auch so ein bisschen monstermäßig aussieht. Sieht ja nämlich fast wie ein bisschen Feuer aus, finde ich. Deswegen werden wir mal das Rote da. Das sieht cool aus, finde ich. Ja. Und gefällt es dir? Okay. Das Problem ist halt, ich meine, die Mähne ist ja eigentlich auch vorne drauf, ne? Aber die kann ich halt gerade nicht sehen wegen den Zügeln, oder? Was ist denn, wenn ich die wieder wegmache? Genau, wenn ich das wegmache, dann kann ich auch die, oh, das sieht ja cool aus, kann ich auch die wunderschönen Haare sehen von dem Pferd. Da würde ich eigentlich dann fast lieber das hier nehmen, ehrlich gesagt, weil dann das schöner aussieht auch noch mit den coolen Haaren. Aber ich lasse mal trotzdem jetzt das Monster-Zaumzeug, aber irgendwann später werde ich das gleich mal wieder wechseln. Ja, ich lasse mal. Ich werde es gleich mal wieder wechseln, weil dann die roten Haare irgendwie, oder halt die rote Mähne cooler aussieht, aber wir lassen es mal so. Das steht ihm vorzüglich, wenn du die Ausrüstung des Pferdes wechseln möchtest, komm wieder zu uns. Okay. Yay. So, was hast du jetzt eigentlich für Werte? Lass mal kurz gucken, wie oft du jetzt, wie oft ich diesen Ding hier machen kann. Zweimal. Okay. Das war es davor, glaube ich, auch, deswegen, wow. Deswegen, das hat sich schon mal nicht verändert. Also ich glaube nicht, dass sich die Werte verändert haben. Es sieht einfach nur anders aus. Okay. Gut, dann lasse ich dich ja alleine rumstehen. Weil, wie gesagt, ich finde es sinnvoller, wenn man hier alleine erkundet, ohne Pferd, als mit Pferd. Naja. Aber immerhin haben wir es mal gemacht und habe es gesehen und sieht auf jeden Fall cool aus. Das muss ich schon zugeben. So, dann jetzt noch den Schrein, den wollte ich nämlich auf jeden Fall noch unbedingt in diesem Part machen. Deswegen gehe ich da jetzt auch wirklich eigentlich schnurstracks hin, außer ich sehe wirklich was anderes total auffälliges. Das sind nur Pilze, die lasse ich mal. Den sehe, können wir dann noch beim nächsten Mal vielleicht erkunden. Ah, das ist ein Krog-Rätsel, sehe ich nämlich schon. Ich will mal schnell den Krog, glaube ich, schnell holen, weil wir haben ja auch im, glaube ich, ganzen letzten Part keinen Krog gefunden, oder? Ich meine nicht. Und ich würde ganz gerne mal wieder einen haben. Deswegen will ich mir den schnell holen. Und dann machen wir auch noch den Schrein. Und beim nächsten Mal geht es dann halt hier noch irgendwo weiter, ne? Der ist metallisch, ja. Und ich muss den... Ja, okay. Ich muss den halt hier einsetzen. So. Jupp. Dumm-dududum. Yay. So, sehr schön. Gut. Dann jetzt auf zum Schrein. Und wie gesagt, das ist kein wirklich gut versteckter oder sowas. Und auch kein Nebenquest-Schrein. Deswegen steht die Chance sehr, sehr gut, dass wir hier einen... Entschuldigung. Dass wir hier einen Rollspaar haben. Nein, dass wir hier im Miro-Zui-Schrein einen coolen Rätsel-Schrein vor uns haben. Und deswegen, ich freue mich drauf, weil Rätsel-Schreine sind immer cool. Ich meine, wir haben ja im letzten Part auch ersten Schrein gemacht. Ne, Quatsch. Das war im vorletzten, war das ja. Wo wir bei der Quelle der Kraft waren. Genau, im vorletzten war das. Und das war ja auch ein ganz cooler Schrein, weil das war halt ein Kampfschrein. Die sind ja auch ganz in Ordnung. Aber trotzdem, Rätsel-Schreine machen wir eigentlich noch mal einiges lieber. Und deswegen, ich freue mich drauf, wenn das nachher gleich ein Rätsel-Schrein sein wird. Aber es sieht ganz gut aus. Mäßigung. Okay, sehr interessanter Titel. Und ja, das ist ein Rätsel-Schrein. Da ist schon mal viel los da unten. Ich freue mich. Wird, glaube ich, cool werden. So, warte mal kurz. Habe ich hier oben irgendwas verpasst jetzt? Ne, oder? Ne, schon in Ordnung, glaube ich. Wir fahren mal hier nach unten. Komme ich denn wieder zurück nach oben? Ich will mal kurz gucken, ob die Platte von bis ganz nach unten fährt. Ähm, tut sie. Also ich komme wieder zurück nach oben, Notfalls. Gut. Ja, hier ist einiges an Zeug. Einfach so eine geschenkte Truhe, wirklich. Ist ja nicht irgendwie eine Falle oder sowas? Ja, offenbar nicht. Okay, gut. Und da kriegen wir einen Eisenhammer mit mehr Haltbarkeit. Okay. Ähm. Das ist interessant. Muss ich hier auf irgendwas draufschlagen oder sowas? Keine Ahnung, wo ist das hier? Ich kriege einen neuen Ball. Ähm. Okay. Das ist ja interessant. Ich meine, da hinten ist ja auch noch viel Zeug. Komme ich dann da überhaupt hin? Da komme ich ja gar nicht hin, ne? Hm. Das ist schon mal sehr interessant. Ist das eigentlich die einzige Truhe hier gewesen? Lass mal kurz nachgucken. Ne, es gibt noch eine weitere. Okay. Ja, eventuell ist es mein... Ja, machen wir wieder einen neuen... Warte mal, ich nehme mal kurz am besten diesen... Diesen Eisenhammer hier, wenn ich den schon bekommen habe extra. So. Was denn, wenn ich eigentlich einfach so auf den drauf haue? Bewegt das sich ein bisschen. Ja, okay. Ja, ich denke mir schon, was ich machen muss. Ich muss halt... Den da rüber schießen. Ne? Ist denn da hinten... Ja, das hätte ich mir vielleicht von oben angucken sollen. Warte mal, ich will auch noch mal ganz kurz... Ja, jetzt ist sie gerade unten. Ich will auch mal ganz schnell nach oben gehen, weil ich mir das kurz angucken will. Ich kann übrigens hinten rumlaufen. Da ist bestimmt eine Truhe, oder? Schau ich mir gleich noch an. Ich will auch kurz angucken, was da hinten ist. Genau, da hinten ist nämlich eine Landebahn. Okay, und da muss ich ihn halt reinbringen. Okay. Ja, okay, ich habe schon verstanden. Und der Trick hierbei ist, dass ich halt die... Geh nach oben schnell. Okay. Dass ich halt die richtige Anzahl an Schlägen finden muss für den Ball, um den dann eben da genau drin landen zu lassen. Das wird hier unser Ziel werden. Müssen wir halt ein bisschen rumexperimentieren. Ich würde es einfach mal so schätzen, dass... Ja, genau. Ich weiß nicht, was soll ich denn schätzen? Wie viele Schläge brauchen wir denn? Ich sag mal... Vier oder fünf. Würde ich mal schätzen. Mal gucken, ob das dann stimmen wird gleich. Es darf halt auch nicht zu fest sein, weil ich meine... Selbst wenn der Ball halt da rüberkommt, aber zu fest ist, dann würde er eventuell darüber hinausjumpen. Und das darf mir eben auch nicht passieren. So, mal gucken. Ja, warte kurz. Okay, also auch gerade spielen. So. Das ist nicht ganz gerade, ne? Das muss schon sehr gerade sein. Ich mach mal nur drei erstmal. Ich glaub, das ist zu wenig und das ist eh nicht ganz gerade. Das ist zu wenig, ja? Okay, das ist ganz cool. Die Kamera ändert sich dann auch und ich kann dann genau sehen, wo der hingegangen ist. Okay. Also drei war vor allem auch ein bisschen zu flach. Und ich muss halt auch... Ich muss halt wirklich ganz, ganz gerade stehen. Was schwierig ist, finde ich. Ich krieg den... Ja, Anwesend bringt auch nicht viel, weil... Deswegen spiele ich ihn ja nicht unbedingt dann gerade. Mach mal hier so. Okay. Jetzt muss ich aber die Kamera wieder ändern. So, passt das? Der ist ziemlich gerade. Okay. So. Jetzt mal fünf Schläge. So. Yay. Und? Oh. Eine Tür öffnet sich. Oh, das sieht doch cool aus. Und es geht noch weiter. Es kommt noch mehr. Das wollte ich. Okay. War schon mal ganz cool, dass man eben die richtige Anzahl rausfinden musste. Und ja, ich hatte recht. Fünf hat funktioniert. Ich darf mich stolz fühlen. Sehr gut. Was ist das denn jetzt? Das sieht doch interessant aus. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Papierrolle. Obwohl das aber auch Stein ist. Das ist irgendwie komisch. Geh mal hoch, bitte, Link. Ähm. Ich muss den offenbar da nach oben schieben. Oder halt dann gleich schlagen. Magnetisch ist der ja nicht, ne? Lass mal Transparenz testen. Nein. Okay. Wir haben gleich wieder Stasis. Die Frage ist nur, was bringt mir das eigentlich, wenn ich jetzt den Stein da hin haue? Ich weiß nicht genau. Kann ich dann bewirken, dass das hier aufgerollt wird oder so? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, ne? Wie jetzt nämlich Harnik da genau funktioniert. Aber wir testen es einfach mal kurz. Vielleicht muss kurz warten. Moment. Ich wollte nochmal kurz das hier anhalten. Das geht nämlich auch. Aber ich glaube, es hat keinen Sinn, das anzuhalten. Aber okay. So, Moment. So. Wir haben wieder fünf Schläge einfach. Weil das war gerade eben ganz gut. So. Und drei. Vier. Und noch fünf. So. Was wird passieren? Achso. Okay. Okay. So ist das gedacht. Das ist einfach ne Wippe oder Brücke oder sowas. Das sah für mich eher aus wie ne Papierrolle, wie gesagt. Was aber halt nicht viel Sinn macht, weil die halt hier auch Steine ist. Aber trotzdem, dann kommt man hier nach oben, indem man das einfach da kaputt schlägt. Und wir sind auch schon da. Okay. Cool. Und mir fehlt noch ne Truhe. Und? Die finde ich noch hier hinten. Fragezeichen. Ähm. Oh, hier ist noch viel mehr Zeug. Was zum Teufel. Ich meine, hier ist ja schon das Ende, ne? Ja. Okay. Hier gibt es noch ganz, ganz viel Bonus-Stuff in dem Dungeon. Oder nicht Dungeon. Jetzt habe ich schon Dungeon gesagt. In dem Schrein meine ich. Ähm. Um noch mehr Truhen zu bekommen. Okay. Da hinten nämlich. Genau. Hier ist erstmal noch eine. Und zwar. Nochmal ein Eisenhammer, falls ich den anderen aufbauen soll. Ich lasse den mal drin, aber ich kann mir hoffentlich merken, dass ich den auf jeden Fall noch rausholen muss. Weil nicht, dass ich mir halt hier die Truhe nicht mitnehme und die dann nicht eingezahlt wird. Oh Gott, jetzt habe ich auch Hindernisse im Weg. Ach du Scheiße. Ähm. Ja, ich will eigentlich nochmal ganz kurz nach oben zurückfahren. Tut mir leid, weil ich mir das kurz auch ansehen will. Wie da denn die genaue Bahn ist. Es ist nämlich wichtig, sich das anzusehen, bevor man da einfach blind drauf loslegt, finde ich. Deswegen lasst mich nochmal kurz gucken, wie die Verhältnisse da vorne aussehen und dann werde ich gleich wieder ein bisschen einfach draufhauen. So. Ich kann mich ja ganz gut durchsehen eigentlich. Es ist diesmal um einige schwieriger. Ähm. Weil ich nämlich hier keine wirklich lange Bahn habe, die da hinführt. Und ich habe auch noch Hindernisse im Weg, weil nämlich hier auch das Wasser erst kurz davor aufhört. Ich weiß nämlich nicht genau, wie sich die Kugel im Wasser verhält. Ob die da wirklich dann ein bisschen vielleicht darauf treibt oder so, oder sofort untergeht. Das weiß ich nicht. Deswegen müssen wir jetzt auch noch ein bisschen rumexperimentieren. Aber kriegen wir schon hin. So, ich muss so ganz, 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 ganz minimal nach links schießen. Aber nur so ganz minimal. Vielleicht passt es sogar so schon, wie ich gerade stehe. Ja, der gefällt mir. So, wir machen mal wieder fünf Schläge. So. Nein, der ist da vor allem Wasser versunken. Okay. Ähm. Ich würde jetzt gerne den Kristallschalter aktivieren, ohne Link zu bewegen. Geht das irgendwie? Habe ich da irgendwie eine Möglichkeit? Weil wenn ich halt jetzt mich drehe, dann verliere ich wieder meine tolle Position. Also irgendwie schaffen ich mal, wenn ich da mit einem Bogen drauf schieße, habe ich auch meine Position verloren. Also irgendwie schaffen, ohne Link zu bewegen. Ähm. Ich glaube weniger, ne? Oder habe ich da irgendeine Möglichkeit? Ich glaube nicht. Ja, shit, okay. Dann muss ich mich kurz wegbewegen, leider. Entschuldigung. So. Nochmal. Erstmal richtig ausrichten, dass ich so minimal nach links eben schieße. Der passt, glaube ich, schon wieder. Okay. Und dann jetzt eben sechsmal. Das Problem ist aber auch, ich weiß nicht genau, macht das einen Unterschied, ähm, ob ich den Ball immer nur mit dem ersten Schlag treffe oder auch mit dem zweiten Schlag einer Kombo. Das könnte einen Unterschied machen. Ja, shit. Der war nicht ein bisschen zu fest. Aber ich glaube, der war deswegen zu fest, ähm, weil ich jetzt da nämlich immer auch Kombo-Schläge hatte, mit denen ich getroffen habe. Weil das, ich glaube, das macht einen Unterschied. Weil ich glaube nämlich, dass dieser Schlag hier und im Vergleich dazu dieser Schlag, also der zweite einer Kombo, weil mit so einem 200er habe ich ja immer so eine Zweier-Kombo, ich glaube, dass der zweite Schlag etwas weiter weghauen kann. Deswegen sollte ich versuchen, ähm, warte mal. Ja, so. Sollte ich versuchen, dass ich hier so eine Kombo mache und nochmal eine Kombo und dann nochmal einen einzelnen Schlag. Das dürfte jetzt weitergehen als fünf einfache Schläge. Ich glaube schon. An dir geht's nicht. Das war genauso weit. Okay, da macht's offenbar keinen Unterschied. Okay, na gut. Dann halt nochmal. Ähm. Ist aber jetzt irgendwie komisch, ne? Weil ich meine, sechsmal habe ich ja schon gemacht. Und das hat auch nicht funktioniert. Muss ich wirklich da gerade so dran vorbeispielen, dass ich genau die Mitte erwische? Er steht so weit weg. Sehr gut. Super. Ja, da geht's so weit nach rechts. Das ist natürlich nix. Das sehe ich schon. Ähm. Ja, das war nix. Hm. Ich will jetzt nochmal kurz probieren mit sechs Schlägen. Weil ich meine, eine andere Möglichkeit habe ich ja schon gar nicht mehr, oder? Eigentlich. Deswegen nochmal kurz probieren. Und ich muss es halt, glaube ich, schaffen, dass ich wirklich den Ball direkt in das Loch reinbringe. Also nicht nur in diese Vertiefung, sondern direkt in, halt in das Zentrum von der Vertiefung. Also direkt ins Loch eben rein. Dass ich halt auch nicht noch hin und her bouncen kann, oder so. Das muss ich, glaube ich, schaffen. So. Ja. Ja, mach mal so. Äh, was? Funktioniert bitte? Danke. So. Okay, wieder sechs Schläge. Ja, der passt, glaube ich, von der Ausrichtung. Ja, der dürfte ganz gut passen. So. Nein! Das muss man ja absolut perfekt machen. Hm. Das ist schwierig. Ich meine, ich habe auch noch andere Möglichkeiten. Ich kann natürlich auch den Ball einfach von woanders abschießen lassen. Und das wäre ja auch gut. Ja, mach ich das mal so. Und was mir gerade auch noch auffällt, ich habe auch noch ganz andere Möglichkeiten. Ich kann ja auch noch eine andere Waffe nehmen. Weil eine andere Waffe zu nehmen hat nämlich andere Auswirkungen. Weil, wenn ich nämlich ein Stasis-Objekt mit einem Hammer haue, mit einem einzelnen Schlag, dann wird es dadurch weiter weggehauen als durch einen einzelnen Lanzenschlag, glaube ich. Ich kann auch mit einer Lanze häufiger draufhauen, weil ich schneller schlagen kann. Und wahrscheinlich könnte ich mit einer Lanze oder auch mit einem Einhänder das etwas besser abtimen. Und könnte es dann leichter schaffen, genau das richtige Tempo zu erwischen, dass der dann da drin landet. Das würde, glaube ich, gehen. Sogar. Also ich habe da wirklich verschiedene Möglichkeiten wieder mal. Aber ich will es mal kurz so machen. von da vielleicht sogar. Das Problem ist natürlich auch, dass der jetzt nicht ganz so hoch ist. Aber das kriegen wir schon hin. Ähm. Ja, machen wir von hier aus. Oder? Ist das jetzt zu weit weg? Ich glaube, das passt schon. Ja. Okay. Nehmen wir den Hammer. So. Ich stehe jetzt ein bisschen sehr dicht davor. Ich hoffe, das passt jetzt noch. Ja, die Richtung passt aber ziemlich perfekt eigentlich, finde ich. So, wieder sechs Schläge. So. Und? Nein! Der war ein bisschen zu kurz. Der ist davor schon hochgebounced. Gibt es doch nicht. Okay, ein bisschen näher ran muss, ne? Okay, aber ich würde es jetzt eigentlich noch ganz gerne mit dem Eisenhammer schaffen, weil ich habe den ja extra dafür bekommen. Und ich würde es ganz gerne noch mit dem machen. So. Dann jetzt hier so an die Kante hin. Hier so. Ja gut, jetzt habe ich natürlich nicht wirklich Platz zum Schlagen, ne? Kann ich denn von hier aus die Kugel erwischen? Das ist alles sehr kompliziert, muss ich zugeben. Aber das schaffen wir schon. So. Werft ihr jetzt? Wir gehen nach vorne beim Schlag. Ne, ich bleibe stehen. Okay, perfekt. So, das dürfte jetzt aber... Ja, der ist vielleicht ein bisschen zu weit rechts. Hm? Nein! Ach Gott, ey. Okay, ja, ich glaube, ich komme nicht drum herum, das doch mit einer anderen Waffe zu machen und eine meiner Waffen hergeben zu müssen. Aber das ist blöd, weil ich kriege doch hier extra den Hammer. Das ist irgendwie komisch, finde ich. Wenn ich es von noch weiter weg mache, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Habe ich noch irgendwas anderes übersehen? Magneten hier? Nee. Okay, ich glaube, ich muss eine meiner Waffen hergeben. Ähm. Das ist natürlich ärgerlich. Nimm mal dann den Erzbauer, der hält ja auch einiges durch. So. Ich lasse den Ball wieder hier stehen. So, ich will so ein bisschen... den nach links eher hauen. Hier ist... Warte kurz. Ne? So, vielleicht. Okay. So, die Frage ist, wie oft muss ich jetzt draufhauen? Ähm. Also rein von der Stärke her ist es ja häufig so, dass Zweihänder, ähm, dreimal so stark sind wie Lanzen. Das sieht man zum Beispiel an der Wächterlanze plus plus und dem Wächtergroßschwert plus plus. Das ist dreimal so stark. Und da ja, ähm, jetzt mit dem Zweihänder, oder halt mit dem Eisenhammer, da ja fünfmal zu wenig war, aber sechsmal zu viel, sollte ich also irgendwas zwischen 15 und 18 nehmen. Seht ihr das richtig? Sprich, ich nehme mal 16. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Passt jetzt? Nichts zu weit, oder? Das war auch ein bisschen zu fest. Okay. Also offenbar klappt die Umrechnung da nicht ganz. Das ist nicht, äh, nicht ganz so. Ähm, dass wirklich ein Schlag mit, ähm, einem Zweihänder genau dreimal so stark ist in diesem Fall hier. Okay. Da muss ich jetzt auch ein bisschen rumexperimentieren. Na toll, ja, ich will mich erst ausrichten. Na toll. Das kann noch ein bisschen dauern hier. Ist nicht ganz einfach, an diese letzte Truhe jetzt noch ranzukommen. Naja, so. Jetzt mach ich da mal, weiß nicht, 14 Schläge vielleicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Er ist zu weit links. Okay, der ist gut. Der ist an sich gut. 14 Schläge ist perfekt. Ich hab nur die Ausrichtung nicht hinbekommen, aber jetzt haben wir es. Okay, jetzt gleich können wir es lösen. Ich hoffe, dass mir jetzt aber zwischendrin nicht der Erzbauer kaputt geht. Das wäre jetzt sehr ärgerlich, wenn der jetzt dann nach dem neunten Schlag oder so zerstört wird. Ähm, das hoffe ich jetzt eher weniger. So. Der passt, ja. Gut, jetzt aber. Na, halt. So. Eins, zwei, drei, nein. Nein! Das waren jetzt fünf Schläge. Okay, ich muss noch irgendeine andere Lanze hergeben. Ich hoffe, dass alle Lanzen sich gleich verhalten. Das darf doch nicht wahr sein. Nimm mal dann hier die Elektro-Lanze. Ja, ich meine, es kann jetzt sein, dass dadurch, dass sie zerbrochen ist, dass das jetzt auch weiter weghaut, weil das macht ja auch mehr Schaden. Das weiß ich jetzt nicht. Na toll, aber eigentlich sind wir bei fünf. Sechs, sieben, acht, neun. Toll, zerbrechen alle. Super. Mann ey. Ähm. Zehn, elf, zwölf. Ich mach mal 13 nur. Ne, ich brauch wirklich 14. Das war zu wenig. Alter, ich kann mich, ich kann mich grad ein bisschen, ein bisschen sehr hart aufregen, weil ich hier meine ganzen coolen Waffen hergeben muss. Weil es mit dem blöden Eisenhammer nicht geht. Das ist auch ein bisschen sehr Troll-mäßig von Nintendo, dass sie hier direkt nebendran einen Eisenhammer packen, obwohl das mit dem Zweihänder gar nicht funktioniert. So ziemlich, das ist ziemlich fies. So, ich brauch jetzt wirklich genau 14 Schläge, aber ich hab die, ich hab das Feuerschwert ja erst bekommen, deswegen das wird schon ein bisschen aushalten. Oder halt die Feuerlandsicht meine ich. So, das muss jetzt funktionieren. Viele Chancen hab ich ansonsten nicht mehr. So, okay, der passt. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn, okay, vierzehn. Boah, ich dachte schon, ich würde wieder rausgehen. Boah, das war jetzt, äh, das war jetzt nicht einfach. Eichige Scheiße. Okay. Da will ich jetzt aber auch eine coole Belohnung dann dafür haben. Dafür, dass ich jetzt meine ganzen Lanzen hergeben musste. Und zwar einen antiken Riesenkern. Okay, nicht schlecht. Mann, 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 ey. Kann doch nicht wahr sein. So, den Eisen haben wir nicht auch wieder mit? Nachdem ich jetzt meine ganzen Waffen hier verschwendet habe. Okay. So, waren das wenigstens alle hier? Ja, okay. Gut, haben wir komplett abgeschlossen. Puh. Äh, das war jetzt nicht so ganz einfach. Aber auf jeden Fall cool. Also hat mir auch sehr gefallen. Weil ich meine, das war natürlich auch viel Geschicklichkeit, die man hier brauchte. Aber es war trotzdem vor allem jetzt hier das zweite Rätsel eben. Oder hier der zweite Parcours. Der war schon auch rätselmäßig. Weil das ja wirklich offenbar mit dem Eisenhammer so gar nicht wirklich funktioniert. Da könnt ihr mir gerne mal schreiben, wenn ihr den Schrein auch schon gemacht habt, ob ihr das mit dem Eisenhammer geschafft habt und wenn ja, wie. Also wo ihr, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, wo ihr die Kugel hingelegt habt und wie oft ihr draufgehauen habt, um das mit dem Eisenhammer schaffen zu können. Weil ich glaube wirklich, dass mit dem Eisenhammer wirklich fast unmöglich ist, da die Kugel rüber zu bekommen. Weil man eben da nur die Abschätzung zwischen 5 und 6 hat. Aber 5 ist zu wenig und 6 ist schon zu viel. Und da eben ein Schlag von der Lanze weniger weit weg haut, hat man da viel mehr Chancen und kann dann das viel feiner halt noch dosieren. Deswegen hat man da noch viel mehr Chancen damit. Aber schreibt mir gerne mal, ob das einer von euch mit dem Eisenhammer geschafft hat. Würde mich echt interessieren. Okay, ich meine, ich habe es ja auch lang probiert, weil ich eben mir das schon dachte, dass ich mir meine ganzen oder so, was ja dann passiert ist leider. Deswegen wollte ich es ja am Anfang unbedingt mit dem Eisenhammer eben machen. Aber ich habe es probiert, aber dann nicht ganz geschafft. Hm, echt ärgerlich. Naja. Muss ich halt jetzt eben meine Elektro-Lanze hergeben. Und was habe ich noch hergeben müssen? Mein Erzbohrer. Also ja, ist ein bisschen ärgerlich. Aber na gut. Und was wir aber wenigstens auch gelernt haben, ist, dass wenn ich auf ein Stasis-Objekt drauf haue und es zerbricht meine Waffe, dann wird da nicht mehr kinetische Energie aufgeladen, als wenn die Waffe halt nicht zerbrechen würde. Was eigentlich ja komisch ist, weil beim Schaden ist es ja schon so, dass es doppelt so viel Schaden macht, wenn die Waffe zerbricht. Aber bei kinetischer Energie gilt diese Regel offenbar nicht, wie wir gelernt haben. Okay. Alles klar. Und was wir auch gelernt haben, ist so ungefähr 5,5 Schläge eines Zweihänders entsprechend ungefähr 14 Schläge einer Lanze bei kinetischer Energie. Also sehr, sehr interessante Sachen, die wir hier gelernt haben. Aber na gut. Okay. Und dann würde ich mir erst mal sagen, Leute, was ist hier auf diesem Part von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild? Hier ist noch eine Ritterhellebade übrigens. Ah ne, Quatsch, Soldatenwanz ist das. Okay, egal, nehme ich eh nicht mit. Auf jeden Fall wird es dann beim nächsten Mal, nachdem wir jetzt hier den Stahl abgeschlossen haben und auch diesen Schrein, der wirklich noch ein bisschen gedauert hat, weil es echt nicht einfach war, werden wir dann noch genau, uns hier am Minschstein noch ein bisschen weiter einfach umsehen, weil ich meine, ich kann da halt eventuell wieder hier sowas machen und da irgendwas finden oder so. Mal gucken. Oder eventuell finde ich da auch noch irgendwas anderes halt, wenn wir dann schon noch sehen. Und danach, wenn wir noch hier ein bisschen weiter nach unten gehen, ach so, ich sehe übrigens gerade, bei der Bede-Ebene waren wir doch schon, weil das sind nämlich schon Crocs eingezeichnet, deswegen da muss ich schon gewesen sein. Ich kann mich da zwar gar nicht mehr wirklich dran erinnern, ach so, doch kann ich, genau. Weil das war nämlich der Ort hier, wo wir hier nach unten Schild surfen mussten und dann hier nämlich einen Croc dafür bekommen haben und noch einen anderen sogar auch noch, genau. Deswegen da waren wir schon. Ich glaube in den Wäldern noch nicht wirklich, die Wälder werde ich mir noch kurz angucken, aber danach können wir eigentlich schon wieder hier nach oben zurückgehen und uns dann langsam hier auf den Weg in den Wall von Hyrule machen, auf den ich mich schon sehr freue, vor allem wenn da auch noch die verlorenen Wälder quasi noch mit drin sind. Das wird dann glaube ich echt cool werden, deswegen da freue ich mich schon drauf. Okay, wo schaue ich denn hin? Zum Stall vielleicht wieder. Moment, gute Aussicht auf den Stall haben. So, wunderschön. Auf jeden Fall wünsche ich mich dann auch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.